Als vordere Rhön, auch Vorderrön oder östliche Kuppenrön genannt, wird der am Geberberg bis 751 Meter hohe nordöstlichste, fast komplett in Thüringen gelegene Teil des Mittelgebirges Rhön bezeichnet. Die Vorderrön ist Teil der Kuppenrön und der etwas umfangreicheren naturräumlichen Haupteinheit Vorder- und Kuppenrön. Lage und Grenzen Nach Westen wird die Vorderrön durch das Tal der Felder begrenzt, nach Süden bildet die Herpf eine ungefähre Grenze. Die jedoch von Stellberg und Abtsberg im westlichen sowie Neuberg und Hutsberg im östlichen Süden überschritten wird. Die Ostgrenze liegt, beginnt im Süden, knapp westlich der Linie Bettenhausen-Steppfasshausen-Unterkatz-Höpfasshausen-Rossdorf. In den naturräumlichen Ordnungen nach der Bundesanstalt für Landeskunde und der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie werden einige der Berge in Grenznähe unterschiedlich zugeordnet. So ordnet die Bundesanstalt die Berge Pless- und Stoffelskuppe im Nordosten dem östlich angrenzenden Salzunger-Wera-Bergland zu. Die Berge Neuberg und Hutsberg im östlichen Süden der Rhön und die Berge Stellberg und Abtsberg im westlichen Süden dem östlichen Rhön-Vorland. Demgegen überrechnet TLUG je nahe sowohl Pless-Stoffelskuppe als auch Stellberg, Abtsberg, Neuberg und Hutsberg jedoch nicht mehr der Rhön zu. Landläufig werden indes alle sechs Berge, nicht zuletzt ihrer Höhen von deutlich über 600 Meter Wegen, der Vorderröhne zugerechnet. Diese einbeziehend ist die Vorderröhne in Nord-Süd-Richtung maximal 25 Kilometer lang bei nur 5 bis maximal 12 Kilometern Breite. Andere Begriffsverwendungen Die Verwendung Vorderröhne für den von Thüringen aus vorne liegenden östlichen Teil der Kuppenröhne ist historisch. Nicht selten wird in weniger differenziert Unterteil in den Quellen der Begriff Vorderröhne auch im Sinne von thüringische Rhön verwendet. Etwas verwirrend in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, Dass die Bundesanstalt für Landeskunde diesen Begriff im Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands 1957 in völlig anderer Bedeutung wage, Für das westliche Rhön-Vorland und die später als Haune-Hochflächen einer anderen Haupteinheit zugeordnete nordwestliche Abdachung der Rhön verwendet. Diese Verwendung wird auch im Blatt Schweinfurt der Geografischen Landesaufnahme 1 zu 200 des gleichen Instituts und im Online-Angebot des Hessischen Umweltministeriums Umweltatlas praktisch wörtlich zitiert, obgleich die Bezeichnung als naturräumlicher Eigennamen nicht aufgeführt wird. Es ist demnach davon auszugehen, dass der Name der Haupteinheit Vorder- und Kuppenröhne nicht etwa zwischen der stets als östliche Kuppenröhne bezeichneten Vorderenröhne im landläufigen Sinne, sondern zwischen der eigentlichen Kuppenröhne und seinem zur Haupteinheit gezählten Vorland unterscheiden will. Abdachung Nach Nordosten wird die Vorderröhne durch die Buntsandsteinrücken der Stadt Lönxfelder Hügellandes im Salzunger Werrabergland zur Werra hin Abgedacht! Zudem manche Quellen auch Pliss- und Stoffelskuppe zählen. Nach Südosten in Richtung Herpf und Meiningen schließen sich die Werra-Golplatten an, nach Süden das östliche Rhönvorland, welches in der Hauptsache aus Buntsandstein mit aufgesetzten Basaltkuppen besteht, die indes deutlich unter 550 Meter bleiben, Flüsse und Orte. Die folgenden Flüsse entwässern die Vorderröhne über die aufgeführten Orte und ihre östliche Abdachung. Wobei mit einem Stern gekennzeichnete Flüsse nur die Abdachung passieren, bzw. analog gekennzeichnete Orte knapp außerhalb liegen. Die Südze verläuft gänzlich im Gebiet der Werra-Golplatten, welches die Herpf nach etwa der Hälfte ihres Laufes betritt. Während alle anderen Werra-Zuflüsse spätestens im Mittellauf das Stadtlangsfelder Hügelland passieren und zertalen Berge. Die Vorderröhne wird durch die Landesstraßen Herpf-Kalten-Sundheim im Süden und Rosdorfer-Därmbach im Norden in drei Segmente geteilt. Während der Norden eindeutig vom Pliss dominiert wird, teilt sich die Mitte auf. Vom Rosberg zweigt der lange Rücken des Harnbergs nach Südosten ab, der die Ortschaft Kalten-Lengsfeld östlich abriegelt. Während der Umfen in der Hauptsache eine Einzelkuppe darstellt. Der Süden wird vom mächtigen Geberberg dominiert, dessen Massiv nach Westen nur sehr allmählich abflacht. Nach Süden zweigen unmittelbar südlich des Geberbergs jedoch durch das Tal der Herpf getrennt Hutsberg und Neuberg ab. Von seinen Westausläufern Stellberg und Abzberg, Geberberg, Neitharzkopf, Diesburg, Rosberg, Harnberg, Gotteskopf, Umfen, Alte Mark, Stellberg, Rhein-Weser-Wasserscheide, Plassett, Neuberg und Hutsberg, Doppelkegel mit dem Neuberg im Süden an der Rhein-Weser-Wasserscheide, Abzberg, Landkreis Röhn-Grabfeld, Stoffelskuppe, Horn, Nebelberg. Untertitelung des ZDF, 2020